Pssst! Ne, nichts passiert. Okay, dann mache ich mal den Projektor an. Ja, dann mache ich mal den Projektor an. Oh ja, auf jeden Fall, Toffel. Okay, ich muss hier nicht nochmal durchkrabbeln, ne? Muss ich nicht, nein, nein. Nein, nein, ich gehe einfach ganz normal zurück, als wenn nichts gewesen wäre. Ist gar nicht gruselig hier. Oh Gott, Alter. Ich muss nur schlafen heute Nacht. ich wechsle mal die waffe in die schroth auf die schroth flinte jetzt kriegt auch die tür auf ja muni sonst noch was? ne ok du erwachst jetzt nicht zum leben oder? ne 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 tschüss tschüss ah easy die leichen sind weg oh god dann geh ich auch ach ne die leiche ist noch da so hoch in sindias zimmer ne 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 alles gut wow 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 oh das riecht äh das riecht das hört sich nach trouble an ok sindias zimmer so so achtung da war ich vorbereitet auf den scarejump ja was ist hier denn los oh ein damm hatte simphia interesse an abfahrt du geh dat ab hier na ich warte noch kurz bis ich da reingehe das dunkel nutzt die erinnerung und ängste der menschen um sie zu verderben ah jetzt jetzt ist der adding jetzt liegt er mal richtig das haben sie einen anderen firmennamen genommen markup yo so was willst du hier profiling die hübsche sind hier dommi aber ich wäre echt dankbar wenn das kapitel zu ende ist es ist schon spät ich muss mal was essen eine alte flamme vielleicht war tom besessen maybe baby ja hier hat sie auch was getan die andersons ein eintrag aus sindias tagebuch sie hatte angst und hört stimmen okay what else für später das war es ne ja okay get out get out get out get out of here oh gewesen und wieder an falafel oder ja falafel schachtel schachtelbrillen für tor von cindia okay ein kraftwerk naja jeder hat sein hobby so kann auch schön sein kann auch schön sein dominik guten abend alles klar mir dir auch eine gute nacht und viel spaß auf der arbeit ja dominik vorn wurden da so ein paar dinge verschenkt ich war ganz schockiert bin fast umgefallen ok ok okay na dann gehen wir mal da an die wanne und holen die platte oh ja baby muss ich auf der jukebox abspielen das dunkle wasser pressen sich in sie hinein joo, ich geh ja schon dann können wir nochmal hier reingehen wenn wir schon mal da sind eine seite der bau des pflegeheims valhalla valhalla marsch oh die tür kriegt bestimmt auch auf was dahin geht wissen wir nicht ne sollen wir mal gucken ah ne die geht noch nicht auf okay dann auf zur jukebox ich hab das gefühl ich bin ja nicht alleine alter gehts dir gut äh mal da was ist der stuhl konnte ich nicht ganz entscheiden das nennt man Stuhlgang was da eben war so music betritt den Übergang im teich stuhlrutsch hast recht durchfall war das scheiß es geht schon wieder los das kann doch nicht wahr sein so kapitel ende bitte 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 hier war aber schon länger keiner mehr lost places ein geschenk ein geschenk da noch was aber hier leiche einer vermissten jugendlichen im überfluten bunker entdeckt okay gone too soon gone too soon mama i've just killed a man oh gott oh gott habe ich eine map ne 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 da war auch keiner oder hing da einer irgendwo nöp okay das ist dann jetzt einfach nur ein zimmer nicht dass ich mich jetzt verlaufe da in so einem labyrinth das wäre jetzt beware the drowned lady ich hätte bock auf schoki doch ein labyrinth ich habe keine angst ja wenn ich immer nur im kreis lauf ne dann renne ich im kreis ja okay wenn ich wieder zurück gehe komme ich ja wieder raus ja cool zeitschleife zu heißt zu ist immerhin ein bunker was mache ich mit der hoffnung du 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 das sieht schon geil aus mit der Beleuchtung und so schon schick ich möchte, dass das Kapitel zu Ende ist halb 10, Mann ja, krass, ne das ist ja noch verrückter wie lost, ne, die Serie da wohnt, glaub ich, noch jemand Schlagzeuge wohnte ja, passt boah, das Geräusch ist so fucking creepy war da nicht jemand F der Schmied was geht oh, Enter ist überhaupt nicht hier in meiner Nähe von der Hand oh nee gone too soon noch fragen so, dann kann ich den Hebel da vorne umlegen und dann passiert irgendwas die Wand ist verschwunden war das das Licht und du können wir bitte gehen hör mir zu können wir bitte gehen wohin weg verhoffen auf diese Pisse hier kein Bocker hol nicht rum ah, bin ich wieder im Eingang ok kann ich ja wieder in den einen Raum reingehen vielleicht geht es jetzt weiter ach jetzt ist ja eins aber zu ok ob du wirklich richtig stehst siehst du wenn das Licht angeht Kinderspaß mit Michael da, jetzt geht es in die 3 ja, hab sie gehört reden wir hier von Joe Biden und Öl ja, ich glaube das ist Absicht da werde ich bestimmt gleich überfallen Mann sieht es gut aus naja, jetzt ist da offen äh, ganz anderer ok ein ganz anderes Etablissement Zimmer Nummer 4 ok ok wieder zurück jaja, ich weiß gehen wir halt da lang dubidubidu eine Treppe immer gut also ich habe glaube ich nicht aber ein bolzenschneider den brauchen wir seit der ersten stunde komm wir machen mal hier wird zauber mal was weg den Schrank aber gut gucken mal ob wir den Schlüssel finden ja ja Entschuldigung das sieht nicht gut aus da gibt es glaube ich gleich Ärger nix drin oder das sieht doch voll nach Ärger aus da ist da ist ein Schloss das heißt bis dahin muss ich den bolzenschneider haben da sind wir wohl doch richtig Muni aber mehr halt auch nicht da steckt ja kein Schlüssel drin Jenna oh 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 guck das wird verwirrend mit mehreren Dinger hier alles klar Licht ist gut hat kein platz dafür doch als es voll und die passt noch hier auf dem schreibtisch irgendet ich nenne es mal schreibtisch keine ahnung was es darstellen soll ja pfeiler passt noch so schlüssel sehr schön komme ich hier so wieder raus ja das tue ich okay so mal gucken ob der schrank wieder erscheint oder ob ich erst einen anderen schalter umlegen muss jetzt habe ich keinen platz für das ding endlich das eröffnet uns ganz neue wege was ist denn bitch wir gehen mal gucken oder geht es aber weiter das was verlorene ich mache das mal vorsichtshalber weg einfach das mal offen ist oder will ich da jetzt schon kommen wir können mal aufmachen und dann gehen wir mal da hinten gucken wo kommst du her was hast hinterlassen das sieht nach was zum speichern aus dann gehen wir erstmal hier gucken ich habe ja kein platz mehr im inventar ich habe sowieso keine armen brust die muni geht da ist dicht okay sicherung ne ah okay der kreislauf des lebens ich vernehme schon wieder bassgeräusche ich weiß nicht ob ihr die auch hört als wenn etwas großes schweres da gerade gelaufen ist jetzt sind wir wieder hier am eingang rip nora das ist neu ein neuer raum wo die 1 war ist euch aufgefallen dass ich verdammt viel munition eingesammelt habe seit ich hier im bunker bin ich weiß nicht ob das ein gutes zeichen ist wirklich nicht eine schwebte das ist das ist Mm-hmm. Oh oh. Die Hexe hat mich reingelegt. Thor, ich bin hier. Ich komme. Oh oh. Push the button. Schon wieder kein Strom. Oh. Sie haben Tor entführt. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Ich muss zu Tor. Ich muss die Lampen einschalten, um ihn zu erreichen. Es ist so verdammt dunkel da unten. Welche Lampen? Sie hat mich am Grund eingefangen. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich habe das verdient. Ich brauche Schalter oder Lampen. Oh. 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 Okay. Dann auf die nächste Insel. Alter. Ja. Ist hier ein Schalter? Oh oh. Ja, muss ich aber. Oh oh oh. Ne. Sollte ich nicht. Wo ist die Lampe vor allem. Wo ich da einschalten soll. Da rüber. Da rüber. Da hin. Bis dahin schaffe ich es nicht, oder? Gehen wir erstmal da hin. Gehen wir erstmal da hin. Gucken wir von hier da rüber. Okay. Oh. Wenn ich ja wüsste, ob ich da hin muss, ne? Dann würde ich da ja hingehen. Da kann ich nämlich nirgendwo hoch. Ah, da geht es ums Eck aber. Okay, los. Oh hier. Scheiße. Alles gut, alles gut. Komm, runter mit dir. Aha. Nix drin. Gehen wir da wieder hoch. Ja. Komm runter. Dreh dich. Ja, ja, ja. Komm hoch. Geh doch hoch. Alter. Blöde Kuh. Geh hier hoch. Boah. Okay. Das ist kein Schalter, ne? Oder muss ich ums Eck? Keine Schalter. Das wird dich wieder zum Lächeln bringen, meine Lieber. Gehen wir mal weiter. Oh. Oh, das ist aber weit. Gehen wir mal weiter. Oh, das ist doch gut. Oh, das ist ja nicht der Schalter. Oh. 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 Da geht es wieder ums Eck. Was ist denn los? Eine Lampe. Hmm. Oh fuck. Das war ziemlich knapp, wenn ich es mal so sagen darf. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Ah. Da geht es weiter. Da ist ein Schalter. Da ist nichts. Okay, dann. Kommt runter. Und dann die Hände zum Himmel. Ja, wieder Sonnen. Hm. Ha, ha, ha. Hm. Ja. Wo kann ich hinflüchten, wenn ich da bin? Wir werden es gleich merken. Hier. Schnell, 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 schnell. Komm mal her. Und zack. Boah. Jetzt muss ich auch noch besiegen, die Alte. Komm doch, komm doch. Nichts sehen, verdammt. Oh, das Wasser ist weg. Das ist schon mal gut. Genau, Digga. Okay. Da geht es runter. Und hier das Licht. Licht ist gut. Licht ist mein Freund. Oh. Licht ist weg. Oh oh. Hey, hey, hey. Eine dunkle Gestalt drückt dich hier nach unten. Auf, um mich zu schießen. Boah. Hey, hallo. Das ist so blöde gemacht mit den Medi-Packs nehmen. Jetzt muss ich das ausrüsten und dann muss ich es verwenden. So ein Schwachsinn. Warte mal, wo habe ich einen? Auf drei. Okay. Versuche ich. Das ist so blöde. Was ist da? Alter. 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 So schlecht kann man sich ja gar nicht heilen. Was ist das denn? Wo sind denn die Kleinen? Auch auf drei. Okay. Ah, kann ich die mit der Lampe vielleicht abschießen, diese Dinger? Ja, ja, nicht ganz. Oh, Alter. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Also wenn du es so lange brauchst, um Medikit zu benutzen, ne? Also das ist doch zum Kotzen. Dann haben wir mal die Knarre. Ich hole sie hier raus. Geschafft. Die hat zwar nicht so den Dampf, aber viele Schüsse. Wissen Sie, das wäre nicht einfach rennen. Bis die aufhört zu schießen. Lauf weiter, lauf weiter. Oh, rennen, 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 rennen. Okay. Okay. Ben, weiter. Schüsse, schüsse, schüsse. Oh, nochmal. Oh, du schießt schon wieder. Weg. Wo ist er? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, ne? Schüsse, schüsse. Ah, schießt auch, du... Foot. Alter Ja, ich muss mich heilen, aber dann erwischt die mich Oh, da ist er Komm, ich muss riskieren Okay, renn weiter Hey, hey, hey Jetzt schießt doch Alter Oh, bitch Boah, meine Fresse, ey Boah Komm, jetzt Kapitel, Ende Das habe ich mir verdient Vier Stunden Klicker habe ich auch Ich habe ihn bereits Ich kann ihn zu Ihnen bringen Aber ich muss etwas wissen Haben Sie Logan in die Geschichte geschrieben? Er hat in Gefahr Ich muss zurück zum Ich schreibe eine Geschichte Anders geht es nicht Dann ändern Sie die Geschichte Wenn das die Vergangenheit ist Wenn Sie noch am dunklen Ort sind Dann können Sie das doch, oder? Sie können sie nicht hineinschreiben Sie ist meine Tochter, verdammt nochmal Logan ist in der Geschichte Ich konnte ihn nicht daran hindern Ich habe den Klicker Ich werde ihn dazu zwingen Er hatte nicht das Recht, Logan das anzutun Meiner Familie Tor Verdammt Alles okay? Hast dir ganz schön Zeit gelassen Deinen Opa zu retten Gute Einstellung Liegt das in der Familie? Du hast recht Tut mir leid Danke, dass du einem alten Bastard wie mir hilfst Das ist mein Job Also Ich habe da ein paar Fragen Natürlich hast du das, meine Kleine Die Natürlich hast du die Gott sei Dank Wir haben es geschafft Boah, geil Langes Kapitel Geiles Kapitel Und sogar ein bisschen schwer am Ende Sehr cool Aber soviel zum Thema Ich gehe heute früh ins Bett Hat nicht ganz geklappt 22 Uhr So ist das halt So ist das halt Ach, das ist Angus Remorse von der Schallplatte Ich bin nichts Es ist immer fraglich, ob in den Songtexten irgendwelche Anspielungen sind oder Tipps. Aber es sieht nicht so aus, es ist mehr so eine Zusammenfassung. Untertitelung des ZDF, 2020 Schöne Solo. Schönen Arpechos klingen immer gut, aber man muss halt auch spielen können. Das ist das Geheimnis. Schönen Arpechos klingen immer gut, aber man muss halt auch spielen können. Schönen Arpechos klingen immer gut, aber man muss halt auch spielen können. Schönen Arpechos klingen immer gut, aber man muss halt auch spielen können. Schönen Arpechos klingen immer gut, aber man muss halt auch spielen können. Schönen Arpechos klingen immer gut, aber man muss halt auch spielen können. Schönen Arpechos klingen immer gut, aber man muss halt auch spielen können.